Ich bin so ruhig, ich kann nicht so verlegen, so. Bitte, dauert es mal ein bisschen? Danke. So, also ich danke Ihnen, Sie bekommen das, wir kommen ein, von der Universität Frankreich, und gerne in Zukunft und in Deutschland. Das ist keiner, die sich lauter reden. Hier in der normalen Reise. Vielen Dank. Vielen Dank.